Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor ein paar Tagen bekam ich Fanpost und die werde ich jetzt in diesem Video öffnen. Das ist die Fanpost. Wie ihr sehen könnt, ich habe den Absender aus datenschutzrechtlichen Gründen zensiert, mit einem Kugelschreiber. Also man erkennt da nichts, hoffe ich zumindest. Aber was ich nicht zensiert habe, ist meine Adresse. Also wenn ihr mir Fanpost schicken wollt oder Fanpakete, hier ist die Adresse. Die Adresse findet ihr übrigens auch in der Kanal Info. So öffnen wir mal die Fanpost. Was da wohl drin ist? Also ein Brief ist da nicht drin, sondern ein Geschenk. Und zwar, das zeige ich euch mal. Eine Schutzmaske. Und das noch eingepackt. Dann werde ich die mal jetzt öffnen. Ach, da ist die Öffnung. Schaut euch nur diese schöne Schutzmaske an. Vielen Dank an Robert Tone 2010 für dieses tolle Geschenk. Das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.